Ich muss noch mal ein paar mal sehen. Ich muss noch mal sehen. Ich hätte auf das Podium zum Probeweg gerade an Einzelhandel gewonnen. Wenn jetzt die Gerüte leistet und die Gerüte verhalten, dann will ich nicht sagen, dass ich auch heute mit einem Podium... Ja, und Maschanskowski war in den letzten und ist deutlich schneller unterwegs. Hat ja gut gemacht. Und auch den Platz bleibt gedacht, dass wir heute noch in diesem Tag mit Festspielen werden, denn wir haben jeden Fall gehört, dass der Schraub ist. Ich muss noch mal sehen. 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 Ich muss noch mal sehen.